Und über die Befragung und die Lage der Bildungsministerin sprechen wir jetzt ausführlich mit Sarah Beham in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Sarah, wie lief denn die Ausschussbefragung heute ab und welche Figur hat die Bildungsministerin da gemacht? Also es gab sehr, sehr viele kritische Nachfragen. Bemerkenswert war dabei, dass diese kritische Nachfragen und dieses Nachhaken nicht nur aus der Opposition kam, nein, sondern auch aus den eigenen Ampelreihen sozusagen, auch von der SPD. Sehr, sehr viele offene Fragen gab es da, sehr viel Gesprächsbedarf, wie beispielsweise, welche Rolle hat denn die Ministerin in dieser sogenannten Fördergeldaffäre wirklich gespielt? Wer war denn noch beteiligt? Wer wusste wann, von was? Und vor allem, wie will man jetzt den dadurch entstandenen Vertrauensverlust zur Wissenschaftsgemeinschaft ja wieder beheben? Also der Gesprächsbedarf von allen war da sehr hoch. Das bedeutet auch, die Bundesbildungsministerin, Bettina Stark-Watzinger, war in der Defensive, musste sich erklären, wich den Fragen aber teils aus, ließ sie teils unbeantwortet. Konkretes gab es nicht wirklich. Es war sehr, sehr vage zum Teil. Also wenn ich jetzt fragen würde, was konkret sie gesagt hat, dann kann man darauf gar nicht so richtig antworten. Es war vieles, was sie in der letzten Woche schon gesagt hat. Ich nenne mal drei Punkte, die sie heute auch wieder betont und wiederholt hat. Erstens bezogen auf diesen offenen Brief, unterzeichnet von Dozenten, die sich ja hinter die pro-palästinensischen Proteste gestellt haben mit dem Argument der Meinungsfreiheit. Darauf hat sie heute nochmal Bezug genommen und hat gesagt, sie distanziert sich von diesem Inhalt. Sie ist da ganz anderer Meinung, aber da sind wir beim Stichwort Meinungsfreiheit. Und der Inhalt des Briefes der Dozenten ist von Meinungsfreiheit gedeckt. Das hat sie heute nochmal betont. Zweitens, da ist sie ihrer Linie treu geblieben. Sie hat gesagt, sie habe diesen Prüfauftrag, bei dem es ja dann um förderrechtliche Konsequenzen und eventuelle Streichungen von Fördermitteln geht, nicht beauftragt, nicht veranlasst. Sie habe erst sehr, sehr spät davon erfahren und das sind wir bei drittens. Wir haben es jetzt eben auch im O-Ton gehört von ihr. Sie hat nochmal betont, die Vergabe von Fördermitteln geschieht nach wissenschaftlicher Exzellenz und nicht nach politischer Haltung. Schauen wir nochmal zurück. Die Ursache von all dem liegt ja schon ein bisschen in der Vergangenheit. Im Mai gab es den pro-palästinensischen Brief von Dozenten. Vor einer Woche, dann musste die Bildungsstaatssekretärin wegen dieser Prüfung von förderrechtlichen Konsequenzen gehen. Warum denn gerade jetzt der Fokus auf die Bildungsministerin? Naja, weil immer mehr Infos, Details und auch Mails ans Licht kamen. Angefangen eben durch die ARD-Panorama-Recherche zur Fördergeldaffäre. Dann jetzt eben der Mailverkehr aus dem Ministerium zur Fördergeldaffäre, die das Portal Hilft den Staat veröffentlicht hat. Also mit all diesen weiteren Infos und Details wurden immer neue Fragen aufgeworfen. Und deswegen ist der Druck auf die Ministerin da deutlich angestiegen. Und deswegen wurde sie eben heute in den Bildungsausschuss geladen. Sollte Rede und Antwort stehen. Von der Opposition heißt es, sie sind nicht zufrieden. Viele Fragen sind weiterhin ungeklärt. Und deswegen ist die Opposition da weiterhin etwas misstrauisch. Und die Frage bleibt, wer ist denn verantwortlich? Wer wusste wann genau von was? Man kann nun nicht in die Glaskugel schauen. Aber vielleicht schauen wir trotzdem mal ein bisschen in die Zukunft. Ist ein Rücktritt ausgeräumt, ausgeschlossen? Oder was sagen Sie? Naja, geht es nach der Ministerin selbst. Dann ist ein Rücktritt ausgeschlossen. Das hat sie heute noch mal betont. Sie sieht dazu keine Veranlassung. Auch auf zwei, ich erinnere mich, glaube ich, richtig, zwei Nachfragen vom Bündnis Sarah Wagenknecht kamen genau in diese Richtung. Wörtlich Zitat. Was muss denn noch passieren, damit sie zurücktreten? Aber das ist für Bettina Stark-Watzinger vom Tisch. Und auch die Union, AfD und Linke, die schlagen gar nicht mehr so scharfe Töne an wie zu Beginn der Fördergeldaffäre. Da heißt es jetzt, es müssten weitere Details und Informationen an die Öffentlichkeit gelangen. oder wenn es sie denn überhaupt gibt, die belegen würden, dass die Ministerin selbst schon früher in diese Affäre involviert gewesen wäre. Also hätte, hätte, Konjunktiv. Erst wenn es das geben würde, dann würde es eng werden. Für die Ministerin stand jetzt also noch nicht. Dankeschön, Sarah Beham im ALDI-Hauptstadtstudio. Vielen Dank.